Aschenputtel, ein interaktives Märchen. Ich brauche ein neues Kleid. Vielleicht kann die Ulme mir helfen. Wubididu, Wubididu, der Baum der Wünsche hilft dir eben nun. Oh, was für ein schönes Kleid. Vielen Dank, liebe Mutter. Und vielen Dank, liebe Ulme. Ich sollte es sofort anprobieren. Aschenputtel bewunderte ihr Spiegelbild in dem kleinen Teich. Es war das schönste Kleid, das sie jemals gesehen hatte. Nun war sie passend angezogen, um an dem Ball teilnehmen zu können. Aber wie sollte sie zum Schloss kommen? Der Wind kräuselte die Wasseroberfläche und ein Schwarmglühwürmchen tanzte von der anderen Seite des Teichs zu Aschenputtel herüber. Als er neben ihr angelangt war, verwandelte sich der Schwarm in eine freundlich lächelnde Fee. Bringe mir ein kleines Tier und ich verwandle es für dich in ein stolzes Ross. Ohohohoho, das wird ein temperamentvolles Pferd werden. Ein stattlicher Rappe? Kommt sofort! Eine sehr interessante Wahl. Ich werde den Sattel besonders gut polstern. Äquus magicus! Mein Zauber wird bis Mitternacht anhalten. Dann musst du dich schleunigst auf den Rückweg begeben. Übersetzung für mein Zauber Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vizepräsidentuster